Die liturgischen Texte dieser Wochen machen uns bewusst, dass die Kirche eine adventliche Gemeinschaft ist. Was dies genauer heißt, zeigt uns Johannes der Täufer, neben der Gottesmutter, die zentrale adventliche Figur. Der Maler Matthias Grünewald hat ihm ein sprechendes Denkmal gestiftet. Im Mittelpunkt seines berühmten spätgotischen Isenheimer Flügelaltars in Colmar steht das Kreuz Jesu Christi vor einer dunklen und leeren Landschaft. Zur Rechten des Kreuzes ist die mächtige Gestalt des Täufers Johannes dargestellt. Mit ausgestreckter Hand, deren Zeigefinger expressiv verlängert ist, weist er hin auf den Gekreuzigten. Auf dem Hintergrund hat der Maler in lateinischer Sprache ein entscheidendes Wort des Täufers aus dem Johannesevangelium geschrieben, das das Bild deutet, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Der Täufer ist ganz auf den Schmerzensmann am Kreuz konzentriert und doch zugleich dem Blick des Beschauers zugewandt. Gleichsam als wolle er alle betrachtenden Blicke sammeln und in die richtige Richtung seines Zeigefingers lenken. Dieser, dieser ist es. Die Gebärde des von sich weg Weisens und auf Jesus hinweisens ist das verdichtende Symbol seines ganzen Lebens geworden. Im buchstäblichen Sinn des Wortes ist Johannes der Täufer ein vorläufiger Mensch, genauerhin ein Mensch, der darum weiß, dass er stets hinter dem zurückbleibt, auf den er hinweist. Sein ganzes Leben war letztlich nichts anderes als ein lebendiger Zeigefinger auf Jesus Christus hin. Der große Theologe und Kardinal Hans Urs von Balthasar hat einmal von sich bekannt, sein theologisch-literarisches Werk wolle nichts anderes sein als ein einziger Johannesfinger, der auf Christus hinweist. Auf Christus hinzuweisen, wie der Täufer es auf dem Kreuzjungsbild des Isenheimer Altars tut, darin liegt freilich nicht nur die Sendung der Theologie, sondern auch der tiefere Sinn und die adventliche Aufgabe der Kirche und ihrer Gemeinden, sowie aller Getauften. Dass diese Aufgabe auch heute erfüllt wird, habe ich im zu Ende gehenden Jahr bei meinen Pastoralbesuchen und Visitationen in den Gemeinden des Bistums Fulda erleben dürfen. Frauen und Männer in den Räten und Verbänden, den Orden und geistlichen Gemeinschaften und besonders die, die sich zumeist still und diskret für Menschen in Not einsetzen und durch ihren Dienst in der Nachfolge Jesu auf den kommenden Herrn hinweisen. Sie helfen mir sehr und tragen mich als Bischof von Fulda mit. Ihnen danke ich besonders. Mit herzlichen adventlichen Segenswünschen, Ihr Bischof von Fulda, Heinz-Josef Allgermissen und bis auf Türkisch不到 den Glockenbust des Glockens JR.